Hallo Leute, hier ist Pryos. Ich dachte, ich mache mal wieder ein Video auf Deutsch. Heute soll es gehen darum, ob man noch profitabel aus Deutschland Poker spielen kann, jetzt nachdem der deutsche Glücksspielstaatsvertrag in Kraft getreten ist. Und meine Antwort lautet Ja, aber es ist schwieriger geworden. Also kommen wir erstmal zu der Möglichkeit, auf regulierten Seiten zu spielen. Da gibt es zum Beispiel Pokerstars, GG Poker, Party Poker, 888, obwohl ich weiß gar nicht, ob 8888. Ich hoffe mal, ich wohne ja selbst nicht in Deutschland, deshalb kann ich das nicht so genau beurteilen. Auf jeden Fall, auf manchen Seiten ist es möglich, auf anderen nicht. Es kommt darauf an, wie diese Umsatzsteuer umgesetzt wurde. Die meisten haben es ja nicht wirklich umgesetzt, sondern einfach nur das Rake erhöht. Und das soll dann irgendwie den Umsatz widerspiegeln. Aber das kann es dann nicht. Aber egal, auf jeden Fall. Meistens gab es nur eine Rake Erhöhung, die noch schlagbar ist, in meinen Augen. Ausnahme GG Poker. Dort hat man die Umsatzsteuer quasi schon halbwegs umgesetzt. Und ja, das ist komplette Katastrophe. Selbst wenn du der beste Spieler auf der Welt bist oder wenn du einen perfekten GTO Bot hast, der für dich spielt. Es ist nicht profitabel. Also GG, auf keinen Fall spielen, wenn ihr aus Deutschland seid und eine Gewinnerabzielungsabsicht habt. Auf den anderen Seiten geht es noch. Allerdings, wie gesagt, höherer Rake. Ich glaube, manche haben nicht einmal einen Rake angehoben, aber dafür das Rake backgestrichen. Und das ist ja indirekt eigentlich auch eine Rake Erhöhung. Und ja, wenn ihr auf diesen regulierten Seiten spielt, habt ihr natürlich ein paar Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen. Denn, ja, also ihr habt ja nur noch die Möglichkeit, vier Tische zu spielen. Das ist ja an sich nicht so schlimm. Besonders wenn ihr eher so hobbymäßig unterwegs seid. Weil es, ja, ist einfach egal. Schlimmer allerdings ist, dass ihr keine Table and Seed Selection mehr machen könnt. Das heißt, ihr könnt euch nicht auf den bestmöglichen Seed in Relation zu den Fisch setzen. Ihr wollt natürlich Position haben. Das wird jetzt alles zufällig ausgelost. Ihr könnt nicht mehr bestimmen, an welchen Tisch ihr wollt. Ja, ihr kriegt einen zufällig zugelost. Das ist halt auch super schlecht, weil das trifft nur die Deutschen. Der weltweite Markt kann immer noch die Tische sich auswählen, wie sie möchten. Bloß der Deutsche darf das nicht mehr. Also das ist natürlich ein großer Nachteil. Ja, der erhöhte Rake, den habe ich schon erwähnt. Und natürlich Highstakes genau nicht, weil bei 2.4 ist, glaube ich, Schluss in Deutschland. Und natürlich habt ihr auch Probleme einzuzahlen, weil 1.000 Euro Limit im Monat. Was aber, glaube ich, relativ leicht umgangen werden kann. Aber ich kann es selbst nicht prüfen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr darüber mehr wisst. Kommen wir nun zu einer weiteren Möglichkeit. Ihr könntet ja auch auf unregulierten Seiten spielen. Das funktioniert recht gut. Allerdings habt ihr dann auch ein paar Probleme, mit denen ihr euch rumärgern müsst. Achso, ich habe noch einen weiteren Nachteil vergessen. Steuern natürlich. In Deutschland, wenn ihr Gewinne macht, Steuern zahlen auf Poker. Warum auch nicht? Ja, also zumindest, wenn ihr eine Gewinnerzielungsabsicht habt, professionell seid, was auch immer. Also es ist schwer zu sagen, wann ihr Steuern zahlen müsst und wann nicht. Im Zweifelsfall würde ich immer davon ausgehen, dass das Finanzamt das von euch haben möchte. Insbesondere, wenn da höhere Summen zusammenkommen. Also, ja. Deutschland ist auf jeden Fall nicht ideal, um Poker zu spielen. Also, wie gesagt, ihr könntet auch auf unregulierte Seiten ausweichen. Da gibt es, glaube ich, das Chico Network zum Beispiel oder das Winning Poker Network. Da dürfen sogar auch beiden, glaube ich, noch Amis spielen, was natürlich sehr schön ist. Ja, da habt ihr diese ganzen Beschränkungen, die zuvor erwähnt wurden, nicht. Ich weiß allerdings nie, nicht inwieweit man sich strafbar macht. Ich denke mal, es ist auf jeden Fall problematisch, wenn ihr darüber wisst. Wenn ihr nicht darüber wisst, ja, dann wird euch wahrscheinlich irgendwie verziehen. Also, im Zweifelsfall ja nicht mal sagen, ihr habt es nicht gewusst, natürlich. Und ja, da habt ihr die ganzen Einschränkungen nicht. Könnt also besser spielen. Das Rake ist auch, also die haben zumindest den Rake nicht extra für Deutsche angehoben. Ihr könnt Table selecten, ihr könnt Seed selecten, ihr könnt noch alle Stakes spielen. Problem ist allerdings, ihr müsst euch mit Cryptocurrencies auseinandersetzen. Das heißt also, ja, ihr müsst entweder Bitcoins, ich glaube, Bitcoin ist so das Gängigste zum Einzahlen. Aber zumindest Winning Poker Network unterstützt irgendwie noch zig andere Einzahlungsmethoden. Und weiteres Problem ist natürlich, die sind weitaus schlechter reguliert. Die sitzen irgendwie, die haben ihre Lizenz, entweder gar keine Lizenz. Ich glaube, Winning Poker Network haben viele Skins keine Lizenz. Bei Chico weiß ich es auch nicht so genau. Wenn haben sie maximale Lizenz aus, wie heißt denn da? Wie heißt denn da? Also auf jeden Fall eine sehr Lizenz, der ihr nicht vertrauen könnt. Also im Zweifelsfall, wenn die euer Geld behalten wollen, könnt ihr euer Geld abschreiben. Ich habe nach dem Video nochmal nachgeforscht und für Chico konnte ich auf den Webseiten nichts finden. Für Winning Poker Network konnte ich auch keine Lizenz finden. Allerdings konnte ich bei Chico Poker Network in den Chat gehen und da hat mir dann jemand nach 100 Mal Nachfragen irgendeine Lizenz bestätigt, keine Ahnung, ob es sie wirklich gibt. Auf jeden Fall denke ich, man kann sich nicht auf die Regulatoren verlassen, wenn es einen Konflikt gibt. Und natürlich auch, nicht nur der Spielerschütz, auch in anderen Belangen ist schlecht. Also die Security-Abteilung ist nicht so gut. Das heißt, wenn jemand colludet oder andersweitig sheetet, ist es unwahrscheinlicher, dass ihr an euer Geld rankommt. Okay, das sind da die Nachteile. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, wie ihr das auch alles umgehen könntet. Ihr könntet auch sogenannten Poker-Apps spielen. Das ist so noch, quasi noch grauer. Also da gibt es entweder dann irgendwie ein Runner-System, das heißt, ihr gebt irgendwem im Bar Geld, der schreibt euch dann irgendwie Spielguthaben gut und ihr könnt dann da in den Spielen mitmachen. Oder ganz viel geht halt auch über Kryptowährung. Und ja, da habt ihr, diese Games sind in der Regel fischier als die Standard-Online-Games. Aber es gibt halt diverse Probleme. Das Rake ist extremst hoch. Games, je nach Club, in dem ihr seid, die Games runen halt relativ selten, weil das Spielerpool ist oft nicht sonderlich groß und dann geht es dann halt nur zu bestimmten Zeiten Action. Oft werden auch viele, ja so Kack-Spiele oder so ungewöhnliche Spiele gespielt. Also zum Beispiel, wenn ihr Potlum und Oma spielen wollt, läuft oft nicht 4-Kart, sondern nur noch 5-Kart. Oder noch schlimmer 6-Kart. Also ich mag die beiden Games jetzt nicht sonderlich. Das Besondere 6-Kart ist halt irgendwie kompletter Unsinn. Hat's habt ihr natürlich auch nicht. Diese Software ist halt kompletter Schrott. Und ihr habt noch viel mehr Risiken. Weil irgendeiner der Pool-Betreiber hat halt das ganze Geld. Er wird auch irgendwelche Fische auf Kredit spielen lassen zum Beispiel. Oder wenn dann irgendwie abgerechnet wird in Kryptowährungen. Und der Mensch das weiter in Kryptowährungen hält, aber das Geld quasi dann echt Geld, also was weiß ich, Euro, Dollar, was auch immer ist. Und die Kryptowährungen hohe Schwankungen haben, kann der entweder Gewinn machen oder die Währungen fallen zu stark. Und er hat also nicht mehr das Geld, euch auszuzahlen. Oft spielen diese Club-Betreiber auch selber mit und verlieren das ganze Geld, was eigentlich Kundengelder sind. Er kann sich ja selbst einfach so viel gut schreiben, wie er will. Und hat dann auch nicht genug Geld, um euch auszuzahlen. Ja, da kann natürlich auch irgendwie die Polizei ihn verhaften. Dann kriegt ihr euer Geld wahrscheinlich auch nicht mehr. Also ganz, ganz viele Probleme, die dann noch sind. Plus Collusion natürlich ganz groß. Da ist überhaupt gar keine Sicherheitsabteilung. Da wird beschissen ohne Ende. Also ja, ganz, ganz viele Probleme. Ich kenne aber trotzdem Leute, die spielen auf Apps und auch sehr erfolgreich. Also ja, aber ihr müsst euch halt über die ganzen Sachen im Klaren sein. Und natürlich, dass ihr an illegalen Glücksspielen teilnehmt. Was wahrscheinlich nicht so die Mega-Strafen bringt. Aber wie gesagt, kein Rechtsanwalt, weiß ich nicht. So, das war jetzt. Ja, das war eigentlich das Video, ne? Oder fehlt noch irgendwas? Ja, also zusammenfassend. Man kann aus Deutschland noch spielen. Auf den regulierten Seiten ist es noch möglich zu gewinnen. Aber sehr schwer, weil man kann nicht mehr Table und Game Selecten. Und mehr Rake. Ja, dann gibt es die ganzen illegalen Möglichkeiten. Da muss man dann ausweichen auf Kryptowährungen in den meisten Fällen. Und es gibt noch ganz viele weitere Probleme, die ich halt vorher erläuterte. Also wenn ihr wirklich professioneller Spieler seid oder werden wollt, Deutschland ist eigentlich überhaupt nicht ideal. Da solltet ihr irgendwo anders hingehen, wo die Regulierung deutlich angenehmer ist. Ja, und Cryptocurrency ist ein gutes Stichwort. Da habe ich noch einen Zweitkanal. Den habe ich unten zum Beispiel auch verlinkt. Schaut da gerne mal rein, wenn euch Investmentthemen und Kryptowährungen und so weiter auch interessieren. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war hilfreich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was ihr noch vergessen habt, schaut euch dieses Video als nächstes an, wenn ihr noch mehr über den Glücksspielstaatsvertrag erfahren wollt. Und wie sich das auch auf Casinos auswirkt. Wir hatten ja hier nur die Auswirkungen auf Poker diskutiert. Guten Tag. Vielen Dank.